Willkommen bei der Fatal University im Modul Visibility On und Offline. Mein Name ist Noah Fleischer. In diesem Modul sprechen wir über deine Sichtbarkeit On und Offline gegenüber deinen Kolleginnen, deiner Führungskraft, vielleicht auch gegenüber deinen Kundinnen und der weiteren Öffentlichkeit. Wir sprechen über deine Sichtbarkeit gegenüber allen, die deine beruflichen Leistungen wahrnehmen, im Englischen, über deine Visibility. Und gleich vorab, die ist enorm wichtig. Es geht nämlich nicht nur darum, wen du kennst, sondern auch darum, wer dich kennt. Für viele Menschen und insbesondere Frauen ist es eine Horrorvorstellung, sich zu überlegen, wie sie gesehen werden wollen und wie sie sich gut in Szene setzen. Aber eine starke Performance braucht Visibility. Wenn du dich nicht sichtbar machst, findet deine Leistung keinen Widerhall. Sie entfaltet keine Wirkung. Sie erzielt keinen Impact, egal wie groß deine Anstrengung ist. Erst Visibility macht deine Leistung sichtbar. Wenn du Visibility aufgebaut hast, hast du ein Netz aus analogen und digitalen Positionierungen aufgebaut, das du nutzen kannst. In diesem Video lernst du, wie du dieses Netz knüpfst, einsetzt und darin Aufmerksamkeit, Reichweite sowie Anerkennung für deine Leistung erhältst. Zusätzlich bieten wir dir ein Bonusvideo, warum Visibility nicht nur etwas für Schaumschlägerinnen ist, die Lifehacks von Dr. Simone Burell und Tipps für Wissenschaftlerinnen auf Konferenzen. Dieses Video enthält die folgenden sechs Teile. Erstens, das Hennei-Problem. Was kommt zuerst? Performance oder Visibility? Zweitens, Bühnen bespielen, Impression Management. Drittens, Visibility Offline. Viertens, Visibility Online. Fünftens, einen konkreten Plan machen. Und sechstens, die Spiele der Macht.